Hallo und herzlich Willkommen bei FTV. Mit dabei der Erkan alias Lagergandalf oder auch hier im Game Isig Erkan. Und mit dabei ist auch der Destrix, Link ist in der Beschreibung, der Nico. Hallo. Und auch der Niklas, der diese wohl einfache Map hier erstellt hat. Zumindest behauptet er das, ich glaube es immer noch nicht. Auf jeden Fall, das ist ein wunderschönes Minigame, was er hier für uns gebaut hat. Was noch zu Weihnachten? Ich finde es, genau noch zu Weihnachten, so ein kleines Weihnachtsspezial. Und hier man sieht es, da unten ist die Kampffläche. Ich bin am Tworkin. Also hier, man hat hier so ein Brustpanzer mit Blablabla, Protection und so. Bogen und Infinity und Knockback. Ne und nicht mal die Blaze-Rotten mit Knockback. Und ich hoffe, du hast die Schwerter wieder komplett entfernt, ne? Ja. Alles klar. Das Ziel ist es, den Gegner beziehungsweise die drei Gegner, weil sie es zu viert spielen, von dieser Plattform hier runter zu werfen. Also von dieser da unten. Und wir haben jetzt vorhin mal einfach testeshalber mal eine Runde gespielt und es macht einen Mordspaß. Also nicht nur eine Runde, sondern mehrere Runden. Genau. Hoppla. So, wenn man hier über die... Wenn man hier... Darf ich kurz? Wenn man hier über die Druckplatte geht, bekommt man auch Run-Speed. Naja, kann schon jeder runter, weil er aber unkrieg ist. So, und wenn man hier auf den Knopf drückt, dann geht man halt runter. Leider ist es noch nicht so ein Plugin, dass man dann automatisch mit Leben anzuhören und so. Das kann man aber sicher alles noch verfeinern, weil die Map ist halt wirklich, die hat Potenzial. Ähm... Ja, und ich würde sagen, wir beginnen doch gleich mal, ne? Ich wünsche euch viel Spaß, ihr Idioten. Ne, ich werde dich noch brengen. Ah! Er kann... Jetzt wird spannend. Er kann auch noch zwei leben. Ich werde hier mal wieder mit dem Bogen getest. Natürlich geben wir hier 500 Schläge pro Sekunde ab. Ja, ja, wieder alle auf mich. Ja, genau. Wir nehmen auch, glaube ich, gerade im Moment zu zweit oder zu dritt auf. Ich weiß gar nicht. Ähm... Nein, nein, nein! Ich bin runtergefallen. Nein! Richtig! So, Erkan out Nummer zwei. Der Fan hat es auf mich abgesehen. Gib's zu. Nö. Doch! Ich muss hier durch die Spinnweben durch. Ihr seht doch immer die Spinnweben hier unten. So, Niklas ist out. Richtig. Ich bin der Einzige, der noch volle Leben hat. Erkan hat noch ein Leben, Niko noch ein Leben und... Nein, ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Nein, ich habe noch zwei. Äh, mein ich habe. Äh, mein ich habe. Mein ich habe zwei. Erkan hat noch eins. Der Rest hat noch zwei. Ich habe noch drei. Boah, wie weit der schlankert. Der Bastard! Der kranke Bastard! Oh nein! Nehmen wir Tor! Ich bin wieder auf dem Weg. Ich komme jetzt wieder zurück. Und es ist also echt... Man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Ansonsten hat man hier ein schnelles Ende gefunden. Der hat... Niklas, du nackern! Der hat gerade Juli gerettet. Boah! Ja! Okay, ich bin draußen. Also... Warte! Nein! Nein! Wer ist da rausgefunden? Ich werde sterben. Ich habe noch immer zwei Leben. Gut, ich habe noch zwei Leben. Niklas hat noch ein Leben. Erkan ist draußen. Erkan ist draußen. Nein! Ich überlebe! Nein! Erkan hat auch noch ein Leben. Ihr seid Arschlöcher! Ich werde sterben! Ganz langsam. Okay, also Erkan ist draußen dementsprechend. Weil, so wie sich das anhört, hängt der gerade unten im Spinnennetz, wo ich auch gerade drin war. Hm, im Spinnennetz. Ihr seid Arschlöcher! Nein! Ich werde mich reinkriegen. Oh Gott. Ich schaff das. Oh Gott! Ich schaff das. Ich weiß nicht, auf welchen ich gehen soll. Hier sind zu viele Auswahl. Am besten auf den Entsteller. Äh, Entsteller, genau. Auf den Erdsteller. Boah, perfekt, Alter. Auf den Entsteller. So, der Erdsteller ist draußen. Und jetzt ist noch ein Duell der YouTuber. Okay, der hat noch ein Leben, glaube ich. Ja, ein Leben. Ja, und wie viel hast du noch? Äh, also, ich habe noch zwei. Boah, es wird... Alter! Alter! Es wird wieder spannend, ja. Mal wieder. Mal wieder. Kampf der Giganten. Und... Kampf der Schwuchtel. Ich weiß nicht, ob es dieses Mini-Spiel schon kiep... Also, sie regen sich um den Dildo. Wow, wow! Um den Dildo in deinem Arsch, ne? Genau. Sie wollen sich nicht unbedingt schübeln. Boah, hör's. Das geht aber gar nicht. Sag dich tot, Junge! Komm her! Das geht aber gar nicht, ja. Also, ich meine, wo sind wir hier? Nein, nein, es war so knapp. Er war schon an der Kante. Nein, nicht in mein Inventar. Ich will nicht in mein Inventar schauen. Es ist so spannend, grad. Also, wir machen dann, glaube ich, einen Stopp und nach zwei Stunden holen wir euch wieder zurück. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das leckt grad ein bisschen. Komm schon, komm schon, nein! Komm schon! Nein! Was ist das hier? Es ist zu eng teilweise hier. Gibt es das auch? Komm schon! Wo bist du? Stirb, stirb, stirb. Wie lageln du uns hier oben grad? Nicht falsch verstehen. Nein, nein, nein! Gewonnen! Gewonnen! So, okay, das war's. Nein, ähm, ich hab gewonnen. Was machst du denn denn unten? Was machst du hier unten, Alter? Keine Ahnung, bin hier oben rumgekommen. Guck mal, wie er aussieht. Ahhhh! So, Erkan direkt nochmal rausgeschickt. Ach so! Erkan hat jetzt Minus ein Leben. Ich hab extra verloren. So, also, wir müssen die letzte Runde nochmal wiederholen, da gab's ein bisschen Konsequen... Irgendwann hier Probleme halt. Julian wurde grad vergewaltigt. Genau, ich wurde vergewaltigt. Nein! Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier... Also, letzte Runde. Ich hab einen Match gewonnen, Erkan hat... Ne, ich hab zwei Match gewonnen, Erkan hat einen Match gewonnen und der Rest... Ja, mit fünf Leben! Mit fünf Leben, Erkan! Das, das geht gar nicht. Dass dieser Typ... Was fünf Leben? Was laberst du? Moment, warte, warum mach ich mir einen Paunty wie Kameraden raus, Alter? Das ist doch total behindert. Du bist du Wiko? Jetzt mal auf die anderen zwei. Genau, haut den Nico raus. Los! Nein! Hoppla, sorry Julius, war ich! Erkan, du weißt du... Nein! Ja, ich hab alles Rang ausgemacht! Boah! Rage! Alles klar, Erkan, Erkan geht auf Dominating-Kurs. Hier, Rache. Ich kann dich gar nicht anhitten! Ja, das Bone Protection! Nein! Fing dich! Er hat meinen Dabitation zerstört! Julian, brauchst du die Schaufel her? Ich hab noch eine, ich hab dir noch nicht... Ich hab meine auch noch kein einziges Mal eingesetzt. Ah, jetzt bin ich zweimal raus. Jetzt bist du... Alter! Wow, Niklas! Tschüss! Tschüss! Tschüss, guten Flug! Schön ist das Haus. Hinter dir ist auch noch gerade eine. Ich hab noch zwei. Ich hab auch noch ein Leben. Ich hab auch noch ein Leben. Ich hab auch noch ein Leben. Erkan gewinn das Ding, dann steht 2-2 zwischen uns. Ja, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das Ding auf Phone-TV-Konto geht. Ich gewinne endlich mein Pony! Ja, der Gewinner bekommt dann Pony! Ja, der Gewinner bekommt dann Pony. Scheiße, jetzt hab ich einmal... Oh, ja. Jetzt hab ich einen Schaufel. Gib mir mein Pony! Ich hab mein Pony! So, und... Ich hoffe... Die letzte Runde wird besser! Ich hab mir einen Pony verbraucht, wenn ich gewinne. Boah, Julian, weißt du bist dein... Ah, ja. Du hast mich einfach. Packet! Komm her! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Huh! Erkan! Du musst nicht mich... Erkan! Du bist dein Hundesohn! Der war fail! Scheiße! Du bist dein Hundesohn! Erkan ist rausgeflogen! Nein, ich hab noch ein Leben! Hey, da... Ich wurde mit einem Vergiftungstrank beworfen. Von dem Ersteller der Map. Sorry, Juli! Kannst du kurz auf den Ripper hinweg? Erkan, du bist dein Hurensohn, Alter! Sorry! Egal, also... Der... Hey, ich bin... Ich werde hier vergiftet... Ich werde hier gerade vergiftet von Niklas! Das ist uncool! Das ist mein Attentäter! Vergifte mich auch, Niklas! Erkan, pass auf! Erkan, renn! Du darfst nicht so an der Kante stehen! Das ist mein Plan, Alter! Nein! Ja! Ja! Gewonnen! Gewonnen! Niklas, hör bitte mit ihm auf! Das ist mal ne Koalition! So, jetzt eine finale Runde zwischen Julian und Erkan? Nein! Erkan hat verloren! Ich hab gewonnen! Das war's! Ich hab 2 Punkte! Ich hab gewonnen! Nächste Runde! Nächste Runde! Nächste Runde! Nächste Runde! Ich hab gewonnen! Er hat gewonnen! Nein! Bestes Type ist der, der das erste 3 Punkte hat! Au! Alter! Das wären ja 50 Runden! Das heißt, es ist immer noch Matchball für mich! Also, weiter oder? Das heißt, entweder gewinnt diese Runde! Julian oder... Nö! Genau! Entweder gewinne ich oder einer von euch macht einen Punkt! Weil ich bin der einzige Matchball! So, let's go! So! So! Drei... Drei Punkte für mich gerade! Und Null für euch! Wo ist der Kletterstrix? Ja! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Ja, ich hab jetzt auch... Ja! Ab ihn! Super! Jetzt hat jeder noch 2 Leben! Ja! Jeder noch 2! So! Wo bleibt ihr? Ach du, es war ein Problem geschauen! Nein! Ich bin so runter gesprungen! Das zählt nicht! Hier ist der Knopf! Der war schuld! Hier ist der Knopf! Au! Au! Er hofft mich zu fissen! Puh! Julian! Oh! Hab dich gerade gehört! So! Nico! Wir gehen zusammen auf Julian! Der muss... Nein, Juli! Der springt... Der springt wie jedes Mal in den Pfeil, man! So! Nico zusammen auf Julian! Nein! Nein! Ich hab auch nur noch ein Leben! Fuck! Nein, ich hab... Nein, das wird... Ich hab bloß zwei! Erkan, du hast jetzt noch eins! Ich hab immer noch zwei! Ihr habt alle noch eins! Ich bin einfach geil, Alter! Lass den Peller nicht gewinnen! Dude! Ich bin mal Pony! Huh! Ich bin mal Pony! Irgendwann von euch haben wir grad das Leben gerettet! Das wird... Alter, ich hab mir den Peller das Leben zu retten! Ich will... Es ist... Ist jetzt hier schon wieder so... Hallo, bist du raus? Sind jetzt nur wieder wir da, oder was? Ich sterbe noch! Nee, eigentlich sind noch alle am Leben! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Okay, du nicht mehr? Niklas, der ersteller der Map! Geh lieber wieder weiter... Alter, ich hasse euch so viel! Ich hasse euch so viel! Juli, ich spiel ihn dir zu! Hört's auf! Hört's auf! Hört's auf! Hört's auf! Hört's auf! So, warte mal! Erkan, warte, warte, warte! Die Frage ist jetzt... Wollen wir den Zuschauern noch eine letzte Runde gönnen? Ja? Ich höre ein Ja! Ich höre ein Ja! Gib mir den Schuss von hinten! Gib mir den Schuss! Ja! Also, ich höre ein Ja! Also, ich höre ein Ja! Erkan oder ich, wir sind beide Matchball! Ich hätte das Ding jetzt gewinnen können, aber ich hab's abgegeben! So! Alle bereit? Ja! Wer hat jetzt... Wer hat jetzt alle zwei gewinnen? Warte mal! Erkan und dich! Erkan und dich sind beide Matchball! Also, Team PokTV! Nein! Dann spielen jetzt Erkan und... Hey! Lass mich zuschauen! Erkan und Julian spielen jetzt nur gegeneinander! Nein! Ich weiß jetzt, was ich mache! Okay, doch! Die anderen sind ausgeschieden! Okay, Erkan! Ein letztes finales Match! Okay! Auf fünf... Fünf Leben aber! Fünf Leben! Ja, okay! Ich mache einen Countdown! Ey! Hast du mir noch ne Schaufel? Nein! Ich hab selber... Keine... Ich lege meine weg! Ich bin am sterben! Ey, Juli! Ich weiß, was ich mache! Ich nenne meinen Pony meinen Schatz! Und werde zu gallop! Kommts! Macht's jetzt! Wir wollen hier... Zum Ende kommen! Zwei... Eins! Mach schon! Gib mir die Eins! Wo ist die Eins? Zweieinhalb! Das war anderthalb, nicht zweieinhalb! Der Countdown kann nicht hochgehen wieder! Oh! Haha! Noob! Haha! Da steht... Oh, nein! Tausend! Nico, geh weg! Oh, nein! 1-0! Ich will nicht lecken! Du Fender! Also, stell mich immer so langsam! Fickt euch! Hier, Nico, du sollst da weg drauf zuschauen! Bum, 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 bum! Ich schaue zu! Bum, 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 bum! Badam, babam! Verpiss dich, Alter! Nein! Fick dich! Ich fang dich auf! Ich fang dich auf! Ich fang dich auf! Fick dich, Hut! Fick dich, Hut! Nico, geh mal bitte in die... Mach mal, mach mal Slash V, Nico! Wieso? Dann bist du unsichtbar, das ist voll irritierend sonst! Alter! Nein! Fick dich, Juli! Oh! Das schaffts hier! Kommts hier! Von Nico! Oh ja! So ist das geil! Ich find's geil! Alter! Steh mal nicht in uns drin, Nico! Das find ich nicht! Das ist der Niklas mit seiner scheiß schwebenden Rüstung! Nein! Wer? Der Scheiß Wichser! So! Ich hab noch alle fünf Leben! Er kann auch noch drei! Er klau mein Pony! Ich message meine Polizei! Pony, 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 Pony! Ich mach ne Anzeige! Ich hab meinen Pony geklaut! Kann ich mal jemand runterschmeißen? Kann ich aber einen Feinbogen verloren! Dann nimm gleich aus der Kiste einen neuen! Da klau mir mein Pony! Ich kann nicht Gollum sein! Gollum! Fack, damit Gollum sein! Das macht mich aufversichtlich! Schütte Wichser jetzt! Du kannst gar nicht Gollum sein! Nein! Ich bin Gollum! Oh, jetzt war's knapp! Jetzt war's knapp! Wir sehen hier das letzte Finale! Und? Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Dieser Mix-Sack! Ich hab doch einen Vor-Video! Ich hab nach unten geguckt! Alter, das sah so genial aus! Oh nein! Renner, er kann ran! Nein! Romm, romm, romm! Nein! Nein! Wie viel Glück kann man hauen, Alter! Jetzt wird's spannend! Jetzt wird's spannend! Ja! Kann ich mal eine runterschießen? Und er gewinnt, er ist Julian! Nico! Ne, er hat noch ein Leben! Was? Ich möchte nicht mal runter, bitte! Ich wollte schon den goldenen Siegerpokal geben, aber den bekommst du dann erst später! Erkan hat noch ein oder zwei Leben? Noch zwei! Erkan hat noch fünf! Also er hat nach wie vor die Chance! Noch ein! Ich fick dich jetzt! Los! Na 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 los! Wer macht jetzt das entscheidende Matchball? Na los! Na los! Na los! Alter! Bei mir bugst du gerade! Oh! Das war wieder knapp für Erkan! Nein! Ein Leben! Erkan hat noch ein Leben! Ich hab immer noch alle fünf! Das sieht nach einer klaren Domination aus! Ich bin da voll leise, ne? GG! Motherfucker! Wie gesagt, ein Leben hast du noch! Also es ist noch alles offen theoretisch! Achso! Was soll das hier? Mandalen! Mach zu wieder! Mach zu! So und weiter geht's! Es ist nichts passiert! Nein! Das war so ein geiler Kampf! Und hier ist der Pokal für Julian! Nicht für den Pokalarm! Wuuu! Oh Mann! Dieser Schmuck hat mein Porni geklappt! Die Siegerehrung jetzt! Wie soll das gehen? So! Komm! Ey! Die Siegerehrung! Du wichst, Alter! Der Erkan ist tot! Nochmal! So ist das gerecht! Noch einmal aufstellen für die Siegerehrung! Ich bin schlechter Verlierer! Lass mich! Wer von euch? Niklas hat den Putsch verloren! Ja, Niklas muss die ganz runter! Der Steller! Der Erkan ist schon tot! Er ist zerstört! Ja, du musst eins raufen! Auch er kann! Sonst ne gehe ich darauf! Ja, gut! So schaut das schön aus! So! Und nein! Ich habe keinen Cracket-Account! Ich habe nur keine Lust! Oh! Ihr seid solche Penner! Hopla! Der ist mir ausgerutscht! Oh! Tut mir leid! Au! Ich kann nicht mehr hoch! Dieser Wichser! Jetzt die Challenge noch hochzukommen! Ja, das hilft! Ich habe gewonnen! Ich schicke dich runter, du Hochkommer! So! Und eigentlich um hier mal zum Ende zu kommen! Nein! Dieser Wichser! Ich tue mir einfach dieses Spiel! Also auf jeden Fall! Vielen Dank fürs Zuschauen! Schaut auch bei Deathfreaks vorbei! Nein! Da gibt es täglich neue Videos! Genau! Weil er möchte gerne ein bisschen Werbung für sich machen! Und er ist einfach scheiße! In Wahrheit ist er total der Dreck! Er ist einfach nur Streiße! Danke! Danke! Für diese tolle Bemerkung! Darf ich das Schlusswort machen? Tschüss! Du bist einfach schlecht, Alter! Nein! Ich will das Schlusswort machen! Niklas, hör mal auf! Das ist übelst laut! Meine lieben Zuschauer! Das war uns mit PawnTV nicht vergessen! Blei crazy und tasty! Und schalt beim nächsten Mal ein! Ja! Tschüss! Tschüss! Tschüss!